Baden-Württemberg hat sich in den letzten Jahren stark in Richtung nachhaltige Mobilität entwickelt. Und zwar mehr als andere Bundesländer. Das ergibt der neue ADAC-Mobilitätsindex. Hierbei wurden Bereiche wie Umwelt und Klima, Verkehrssicherheit sowie Zuverlässigkeit bewertet. Und das für den Zeitraum 2015 bis 2019. So habe das Land große Erfolge bei der Reduzierung von Verkehrslärm zu verzeichnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch im Bereich Verkehrssicherheit schneidet Baden-Württemberg besser als die anderen Länder ab. Es gab 15 Prozent weniger Schwerverletzte als noch 2015. In Gesamtdeutschland beträgt der Rückgang nur 4 Prozent. In puncto Zuverlässigkeit erhält das Land eine weniger gute Bewertung. So mangelt es beispielsweise im Schienenverkehr an Pünktlichkeit.